Yo, moin Leute, was geht? Wir sind heute in den Norden von Brandenburg unterwegs, bisschen wandern, bisschen geocachen und heute Abend bauen wir dann noch unser Lager auf und biwacken ein bisschen, also viel Spaß. Muss das sein? Ja. So, den ersten Cash haben wir gefunden und jetzt kommen die nächsten. So lang? Weiß ich nicht. So, den ersten Cash haben wir erfolgreich gelockt und aufgrund der Zeit werden wir jetzt unser Lager suchen. Mal gucken, ob wir hier jetzt eine vernünftige Stelle finden, wo wir unsere Tarps aufschlagen können und ein bisschen was essen können. Also Leute, wir haben jetzt einen kleinen Wald gefunden und wir werden jetzt mal gucken, ob wir hier eine geeignete Stelle finden, wo wir unser Lager aufbauen. Jetzt sind die Bäume so weit aufeinander. Und jetzt habt ihr das Gefühl, dass da vorne schon wieder los ist? Dann müssen wir weiter gucken. Dann haben wir ja ein bisschen Zeit, ne? Ja. Aber ein Licht wäre hier schön, weil das hier alles so gut ist. Oh ja. Das wärs. Aber da stehen leider keine Bäume. Ja. Aber unten drinnen kannst du auch Feuer machen, mit dem Kindstein. Also weiter suchen. Ja. Guck mal hier. Ja. Da wurde ein Vogel noch kurz. Jetzt fressen. Da hat jemand Hunger. Ja. Da травmeng deinen. Ja. 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 Da was warum nicht so gut ist. Ja. Das ist zu Hause. Da war es nicht so gut. Wie ihr seht, haben wir gerade noch eine Kleinigkeit entdeckt, auf der Suche nach unserem Schlafplatz. Wir werden uns das Ganze jetzt mal ein bisschen angucken. Seht ihr das? Gute Frage, nächste Frage. Gute Frage. Ich weiß nicht, als wenn sich den jemand gekurvt hat und hier einen Bunker drin bauen wollte. Einfach nur mitten im Wald. Wie so eine kleine Tonne. Vielleicht ein Wasser. Soll ich auch dazu. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich habe eine lecker kalte Dose gefressen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe noch eine Viertel Dose. Du isst ja auch wie ein kleiner Kind. So ein Wolf, der ist cool. Ja. Ich kann jetzt noch 20 Kilometer mal eben schnell laufen. Aber gut. Aber gut. Ich bin auch über 20 Jahre jünger. 20. Nein. Bist du 40? Bist du 40, ja? Wie alt bist du? 20. Ja. Und du bist 40? Und du bist 40? Genau. Ja. Hätten wir das auch gekannt. Scheiße, stimmt. Ich habe mich vertan. Der Moment, wenn der eigene Vater nicht weiß, wie alt man ist. Ich weiß, wie alt du bist. Aber ich weiß nicht, wie alt ich bin. Das ist mein Problem. Ja, ja. Das sind die Ausrennen. Das dann keine Ausrennen, das ist die Wahrheit. Doch. Ne. Und das wissen wir alle. Aber hier oben wollte ich hin. Da. Ups. Nicht gut. Und dann haben wir immer noch das andere hier. Na gut, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Hier. Bitte. Oder das nehmen wir uns auf für ein andermal. Ja, alles schaffen werden wir nicht. Das ist wohl. Weil das sind... Sollten wir die Route berechnen. Mit Auto sind es 56 Minuten. Markierter Stand auf 32 Kilometer. Aha. Wir müssen morgen 32 Kilometer laufen, ja? Du, der jetzt nach 8 Kilometer sagt, Alter, mir tun die Beine weh. Wir haben bestimmt mehr. Also, was machen wir? Ja, wir können trotzdem mal da gucken. Hier. In dem Bereich. Ja, oder in dem was ich gesagt habe. Ja, das kann man ja auch noch mal sehen. Ich meine, wir haben ja morgen ein bisschen mehr als nur 3 Stunden. Ja, das stimmt. Das hast du richtig erfasst. Nein. Kannst du erstmal ein richtiges Kacklicht ausmachen, das war 50 Jahre alt. Oh, Mann. Und deinen angesauberten Dreckstoffen hier auf meinen Dach legen hier? Also, wirklich. Alter, bleib doch mal ruhig. Ich muss erstmal meine alten Knochen sortieren. Wann mal ab, über den Infos heißt? Ja, und wahr? Gesundes Morgen.